Das hat super Spaß gemacht. Es war toll zu sehen, wie viel wir in den zwei Jahren gelernt haben, wie viel ich auch vielleicht anderen Kollegen weitergeben konnte bei Sachen, die die noch nicht so gut konnten und wie viel ich mitgenommen habe von den Sachen, die ich noch nicht so gut wusste. Also für mich passt das total gut zusammen, weil Bibliotheken eben sich nach außen auch öffnen müssen und denke ich auch mit der Zeit gehen müssen und die neuen Medien nutzen sollten. Was für uns ein bisschen schwierig war, war einfach, dass unsere Kunden noch nicht so affin sind in dem Bereich, aber ansonsten sind wir auf einem guten Weg und ich finde, jede Bibliothek sollte die Chance nutzen.